Soll ich die Runde starten? Ja, ne? Die müssen ja jeden Moment spawnen, die beiden. Wäre Leichtathletikverletzung ein Wort, beispielsweise? Nee. Ich gebe ihnen immer die Opportunity. Die Opportunity. Der ist so durch, ne? Ich höre bei Gott. Ja, der macht einen Sabaton, da schläft man halt nicht. Ich sag dir, die ist auch ohne Sabaton. Die Opportunity von Faro, ey. Haha. Crazy. Oh, True, was ist ein Pöppel? Das ist eine Spielfigur. Heck, danke für den Sub. Danke für den Sub. Ein Problem? Crazy. Das ist echt crazy. Die Opportunity. Warum kriege ich die nur das erste Sub? Das kriege ich ja gar nicht. Schade, dass ich da am Klo war, ne? Fand ich sehr amüsant. Ah, ne. So, jetzt sind wir warm geworden. Jetzt, ne? Jetzt fangen wir an. Jetzt fangen wir an, genau. Hey, wir haben doch jetzt einen Sieg, oder nicht? Ja, ja. Deswegen. So, jetzt sind wir warm geworden und jetzt geht's weiter so. Genau. Lassen wir den anderen keine Chance mehr. Mhm, wir nehmen jetzt die Oberhand. Glaubst du wohl selbst nicht, Madame? Doch, ich glaube, ich belieb. Asics rockt das jetzt. Mhm. Wer hat sich, bin sicher, schon ein Sechser-Wort zurechtgelegt? Wie, machst du das? Okay, also so weit belieb ich jetzt nicht. Meinst du, Asics macht diesmal mal ein Wort, das mehr als zwei weitere Wörter beinhaltet? Ja, guck mal. Aber anscheinend glaubt ihr selber nicht daran. Nein. Da hab ich jetzt keine Briefe rausgehört. Doch, 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 doch. Also mehr als zwei sind's bestimmt. Aber vielleicht hat er auch dasselbe Pro wie ich vorhin. Ja, aber ich sagte dir ja nicht, was erhoffst du dir? Ich hab ja gefragt, ob du der Meinung bist, dass er es macht. Ja. Das war so gelungen. Mindestens einmal in die Sammlung. Das war ja so eine Pause, ne? Mehr als zwei. Ey, drei! Siehst du, sind wir als zwei? Das sind nicht wir. Wie, machst du das? Verdammt. Ich liebe alles daran. Woran? Woran? Vielleicht kann dir gar keinen Bock, das zu erklären. Also wirklich nicht. Wirklich null. Entschuldigung, dass ich nicht in euren Insidern drin bin. Ja, die sind hier entstanden, Bruder. Du hättest drin sein können, du hättest draußen sein können. Du hättest dabei sein können. Ich bin dabei, du bist dabei. Ja, Kurierdienst, also Transporter safe, oder? Ja. Na, sicher, na klar. Ausgabe sehe ich auch. Faro gibt uns hier aber eine krasse Opportunity mit dem Dreier-Wort. Ja. 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 Kurierdienst. Ja. Umschlag. Ja, kann natürlich, also Ausgabe sehe ich tatsächlich noch mehr, ne? Ja, der macht die Ausgabe. Um Gottes Willen. Die Ausgabe ist blau. So. Das ist schon mal ein schöner Start hier. Sehr gut, wirklich sehr, sehr gut. Also der Paketdienst, der die Pakete ausliefert. Rocky, mach alles gut. Ausgabe blau. Mach halblang. Du musst nicht gleich übertreiben. Übertreiben nicht. Kommen Sie runter. Aber es kracht. Es kracht. Aber was habt ihr geschrieben zur Win-Challenge nächste Woche? Ja, was habt ihr geschrieben? Na, was haben wir geschrieben? Guck mal, wir haben ein Dreierwort. Landkarte. Okay. Landkarte, vielleicht Papier? Habe ich auch gedacht. Okay. Auf einer Landkarte ist auch das Mittelmeer bestimmt verzeichnet. Aber dann Landkarte, ja. Aber mehrere sind da eigentlich auch verzeichnet. Oder? Ja. Also geht der explizit auf Land, damit wir das Meer nicht nehmen? Oder geht der extra da drauf, dass man das halt in groß denkt, dass das Meer mit da drauf ist? Das ist die Frage. Was hätten wir denn noch überhaupt ansonsten? Ja, das versuche ich gerade halt rauszufinden. Okay. Menü ist es nicht. Reim ist es nicht. Knochen, Plätzchen. Ähm. Erweiterung ist es auch nicht, oder? Die Opportunity. Nee. Nee. Finde ich eine Rolle, weil eine Karte eingerollt ist? Ja, ist auch weit, aber ja. Kann. Ist halt so wie Zettel und Baum wegen Land, ne? Also, ist auch weit. Eine Landkarte hat auch oftmals eine Legende, um zu sehen, wie viele Kilometer oder sowas. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, stimmt, so nennt man das ja. Mhm, mhm, mhm. Okay, also Papier und Legende, glaube ich, ist sehr heiß. Ähm. Ja, aber dann wäre halt auch das Mittelmeer noch heiß. Ja, auf jeden Fall mehr als der Baum. Ja. Oder ein Zettel. Okay, machen wir zuerst Papier und Legende und dann überlegen wir noch kurz. Ja. Wir haben ja noch Zeit. Oh, was? Ah, ja. Was? Dann überhalten wir Legende, Mittelmeer und noch irgendwas anderes im Kopf. Die Opportunity nicht genutzt. Oh. Oh, Restaurant, Smei. Mhm. Vielleicht dann doch die Auflage. Ja. Wenn er jetzt Buffet meint, all you can eat, würde ich Pöppeln, ah ne, Pöppeln, nicht Pöppeln, äh, Pöppeln, nicht Pöppeln, ne? Dann Pöppeln wieder raus. Ja. Restaurant, Suppe. Also Suppe und Menü, ja, Subbat und Preis halt auch. Also Suppe und Menü ist ja Subbat von Kass drin, oder? Ja, Menü auf jeden Fall. Suppe sehe ich auch, würde ich beides eindringen. Ja. Let's go. Sollen wir noch Umschlag von, äh, Kurierdienst? Warte mal. Weiß mal, was ist denn, ist Kurierdienst ein Synonym für Paket? Äh, Paket. Die tragen Briefe aus, glaube ich, also Kurier. Sind das, äh, sind das Briefe oder sind das Pakete? Also, also, das ist schon wieder so ein Wort, was man in Bayern wahrscheinlich sagt. Und wenn man 80 Jahre alt ist. Niemand sagt Kurierdienst. Das ist auch einfach die Post, oder nicht? Postbote. Paketbote. Jetzt bin ich hier alleine. Ja, ja, ich hab doch gesagt, die, die Briefe austragen. Genau das hab ich dir noch gesagt. Sagst du mich auf Igno? Hä? Oder ich hab, oder ich hab, oder ich hab, oder ich hab, oder ich hab dir das ja auch mal erklärt. Ich, 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 ich geb dir gleich Igno. Wow. Wow. Warum artet das hier so aus in dieser Folge? Ähm, ja, ja, also, ich würde jetzt tatsächlich den Preis sehen, ne? Ich würde vorher Umschlag einloggen, Bruder. Kurierdienst, was passt da noch? Umschlag passt? Umschlag, also, boah, ich raste aus. Ja, ne, 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 ne. Ich hab dir zehnmal was gesagt, du hast es zehnmal wegignoriert. Maul. Was könnte noch passen und ich geh die Wörter durch und du lockst Umschlag ein, du Affe? Ja, ja, nö, seh ich nicht ein. Maul. Ich bin grad bei dem Wort Wohnung, wollt weiter durchgehen. Nee, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal antwortest du gescheit. Junge, ich habe gesagt, ich sehe Umschlag auch, was könnte noch passen? Und dann geh ich die Wörter durch und du lockst ein. Hm. Rocky mutet sich halt nur, der kann unseren Gedanken gar nicht folgen. Bist du denn dann bei Karte, bist du bei Legende, Rolle und Mittelmeer, Lilly, oder wo bist du? Ah, also, wenn es nicht Papier ist, könnte es vielleicht Zettel sein, weil es auf einem Zettel steht. Es könnte, keine Ahnung, eine Rolle sein, weil eine Landkarte eingerollt werden kann irgendwie. Ja, würde ich mehr sehen als ein Zettel. Ja, also Mittelmeer und Legende bin ich auch mehr dabei. Aber dann brauchen wir halt noch ein drittes. Ja, die bräuchten wir halt. Ich bin dabei, du bist dabei. Seid ihr auch dabei? Ähm. Ich bin dabei. Wir sind noch nicht ganz dabei. Wir sind noch so, genau, wir sind noch nicht. Ich bin dabei. Bist du dabei? Ich glaube nicht mehr, wie das Lied geht. Ich auch nicht. Ja, aber so, wie ich gerade gesungen habe. Ich habe es vergessen. Aber es ist ein schönes Lied. Ja, cool. Von Clueso. Ich kenne das. Ein deutscher Musiker. Mhm. Magst du deutsche Musiker? Was ist alles, was... Geht, ne? Geht. Ich höre eigentlich all das, was mir gefällt. Das ist schön. Aber meistens Drum and Bass. Ja. So Partymusik. Ja, so Drum and Bass. Da sind dann halt immer so... Die Snare. Die Bass. Schneller, schnellerer Beat. Ah, okay. Ja, das war es bei deinen Party-Sessions. Oh, Büro-Raum-Vier. Genau, ja. Das ist die Frage, stopp, bevor wir irgendwas ganz Wildes machen. Vielleicht gibt der uns auch noch zwei für Legende und Mittelmeer, ne? Kann sein, ne? Wir haben doch eigentlich gerade... Nee, Asics hat gesagt, der macht das nicht. Ach, der macht das nicht. Okay, das ist gut zu wissen. So, dann haben wir im Büro eine Uhr hängen. Ja. Zettel für Notizen. Zettel, ja. Ein Raum ist auch tendenziell eine Wohnung. Ja, stimmt. Gibt's im Raum, also... Ja. Maggie. Ja. 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 Boah. Büro-Raum. Der ist so stark. Arbeiten Agenten in einem Büro? Eher nicht. Warum nicht? Es gibt ja Außen- und Innenagenten mit Sicherheit, die haben auch ein Büro. Denkst du, Asics denkt an sowas? Ich bin dabei. Ja, aber wenn du jetzt wirklich, wenn du sagst, er macht das nicht und er will vier Wörter für Büroraum haben. Ja. Was denn ansonsten noch? Nee, Agent würde ich aber echt, also ich weiß nicht. Vielleicht sollen wir erst mal gucken, Legende. Sollen wir erst mal drücken. Für die Sachen, wo wir eher safe, safe sind. Legende, Karte, safe, oder? Ja, aber das können wir ja auch hinterher immer noch machen. Weil jetzt gibt es ja uns ja vier für Büroraum. Die müssen wir ja auch rausfinden. Das andere wissen wir ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ah. Ich weiß nicht, was logischer ist so rum. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich bin ehrlich, außer Uhr und Zettel bin ich mir bei Büro gar nicht sicher. Ja, dann nehmen wir Uhr und Zettel und Legende und Mittelmeer für die vier und dann überlegen wir uns halt, ob das überhaupt so ist oder ob das vielleicht so gemeint ist. Okay. Okay. So. Dann drück mal. Okay, nice. Und jetzt ist halt die Frage, hat er das so gemeint, damit wir diese zwei auf jeden Fall nehmen? Aber eine von Karte würde uns tendenziell noch fehlen, weil Karte, außer er meinte wirklich Zettel für Karte, dann hätten wir Karte durch. Stimmt, ja, Zettel, Karte, ja. Ja, Wohnung, Wildgessen. Also, oder nicht Gessen. Das ist ja Büroraum. Ist da Wohnung drin? Ich habe Angst, es ist schwarz, aber hau rein. Ah, gut. Okay. Oha. Also, dat ist der Kracher, ne? Und wir haben so einen Imposter in der Regie sitzen, weißt du? Ja, wir werden jetzt warm. Jetzt hätte ich wieder... Das reicht. Aber vielleicht kann er die beiden jetzt auch gleich ganz easy miteinander verbinden. Wenn Faro so sich aufregt... Hunter's Mark, dann bin ich raus. Das Gefühl, Faro würde so rumkleppen, wie so ein Pitbull, weißt du, der gerade in den Angriff geht. Kannst du meines Wort anschauen? Ja, Hunter's Mark, dat ist aus WoW. Jetzt bringt er wieder nur ein Wort für mich hier. Ja, okay, dann bin ich raus. Mach du das dann. Dat Hunter's Mark. Ah, ja. Also, der Hunter ist eine Rolle. Vielleicht eine Auflage, weil das machst du auf den Gegner drauf. Gibt den Skillbaum. Eventuell noch Erweiterung. Warte mal, er rechnet ja drauf, ne? Wir haben nur einen von Restaurant, ne? Ne, aber draufrechnen macht halt hier null Sinn jetzt, wenn er draufrechnet, ne? Aber Terce, wieso nimmt er denn Hunters Mark 3? Für die Seite, die du angeklickt hast, hätte der auch WoW nehmen können. Stimmt. Warum hilft sie ihm? Was haben wir? Das ist ja nur eine Frage, also... Wegen der Auflage, weil du es auf den Gegner drauf machst. Das heißt aber auch hier, das Mal, das Hunter-Mal, Mal des Jägers... Preis seh ich halt noch wegen Restaurant. Ist das Mal der Wildnis, nicht von Droiden? Ne, das ist so Mal des Jägers oder so ist das. Ich weiß nicht, ich spiel keinen Hunter. Also, ich würd auf jeden Fall erstmal die Rolle einloggen. So. Dann... Also, der Begriff... Faru denkt jetzt wahrscheinlich, boah, yo, Junge, richtig geiler Begriff hier, richtig gehockt, aber der... Scheiße, genau. Richtig scheiße, vor allen Dingen hab ich da gar keine Ahnung vom Hunter. Meint der das Mal damit? Wie heißt der das nochmal? Also, wenn du das meinst, das ist Mal der Wildnis, das ist vom Droiden. Ja, ja, das kenn ich auch. Das Mal. Es muss eigentlich auch das Mal sein, ja, okay. So, vielleicht Auflage, weil man es auf den Gegner drauf macht. Oder ist es halt wirklich der Baum für den Skillbaum? Aber du hast das Mal, glaube ich, immer, du musst da nichts Besonderes skillen. Du kannst das, glaube ich, auch im Skillbaum verbessern, aber ich würde deshalb erstmal Auflage sagen und Aufgrade sagen. Das ist gut, dass du das sagst. Das ist gut. Und das ist jetzt unser zweier Wort. Mal gucken, was jetzt Schönes kommt. Das ist unser Wort zum Sieg. In der Weihnachtsbäckerei gibt's Plätzchen. Gibt's so mancher Leckereien. Und es ist ein Reim zwischen Mehl und Milch. Macht's so mancher Knirch. Fertig. Oh, das kann sein, ja. Ja, das muss es ja sein, sonst hätte er das ja nicht explizit genommen. Ja, okay, ja. Heißt das Lied nicht nur Weihnachtsbäckerei. Das nur kann sein, natürlich. Also, Terz, dass du Auflage bei Hand hast, Marc, rutscht dich krass da aus. Shit! Shit! Baum ist aufwalsch. Terz, jetzt halt einfach mal die Fresse. Also, du hast ja schon das Erweiterung gesehen, aber Auflage, what the fuck, Auflage. Warum denn Auflage? Also, Baum hätte ich verstanden. Das ist ja erklärt, warum. Nee, bei Baum hätte ich verstanden. Aber eine Auflage? Terz, hast du gesoffen heute, oder was? What the fuck? Also, Erweiterung sehe ich. Erweiterung ist für mich fein, ehrlich jetzt. Also, Erweiterung wäre cool. Da habe ich gedacht, okay, da kommt der Save drauf. WoW, Erweiterung. Wenn was mit WoW kommt, ist es Erweiterung. Nee, die erste wieder nicht. Der Trick heißt Hunters, Marc. Ja, weil ich mal. Wie soll ich denn malen? Soll ich es beschreiben? Das heißt, malen ist Jägers. Aber doch nicht mit Hunters, Marc. Das ist nicht klar. Also, der erste, der erste. Du hast doch mal gedrückt. Du hast doch mal gedrückt, weil es richtig war. Ich weiß es doch nicht, Faro. Du hast 15 Minuten dir die Begriffe angebracht. Ja, und deswegen habe ich Handlasmark gemacht, weil mal der Wies Jägers ist. Soll es doch nicht bei den Tod. Inner des bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.